Nur noch ein Loch deutet darauf hin, dass hier einmal ein Haus stand. Das Haus, in dem bis zum 28. Februar 2013 Jeffrey Bush lebte. Zusammen mit seiner Tante, seinem Bruder und dessen Partnerin. Zunächst ist es für die Bewohner ein Abend wie jeder andere. Alles war wie immer, ich war gerade von der Arbeit gekommen. Der Albtraum beginnt kurz vor Mitternacht. Es klang, als ob ein Lastwagen das Haus gerammt hätte. Aus Jeffrey Bushs Zimmer kommt ein Schrei. Wir rannten durch den Flur. Ich knipste das Licht an und öffnete die Tür. Wo Jeffs Bett stand, nur noch ein Loch. Kein Fußboden mehr, nichts. Von Jeff Bush ist nichts zu sehen. Ich sprang ins Loch und schrie nach meinem Bruder. Ich guck mit bloßen Händen nach ihm. Ich glaubte, ihn um Hilfe rufen zu hören. Während Jeremy verzweifelt nach seinem Bruder gräbt, alarmiert seine Verlobte die Feuerwehr. Kurz vor halb eins treffen die Rettungskräfte ein. Auch für sie ist der Anblick nicht alltäglich. Als ich ins Haus ging, sah alles normal aus. Aber dann schaute ich ins Schlafzimmer. Da war nichts mehr drin, nur noch ein riesiges Loch. Am nächsten Morgen untersucht die Polizei das Haus mit einer Endoskop-Kamera. Alles, was sie entdeckt, ist ein sechs Meter tiefes Loch. Von Jeff Bush keine Spur. Was in Jeff Bushs Haus geschah, ist kein Einzelfall. Immer wieder bricht in Florida der Boden weg. Der Staat hat die höchste Dichte an Senklöchern weltweit. Vor allem die Gegend um Tampa in Zentral-Florida ist als Sinkhole-Alley berüchtigt. Statistisch werden hier pro Tag drei bis vier neue Senklöcher gemeldet. Todesfälle sind selten. Meistens gibt es Vorzeichen. Aber manchmal passiert es ganz plötzlich, wie im Haus der Bushs. Senklöcher sind in Florida ein natürliches Phänomen. Der Grund dafür, die Massen an Kalkstein, auf dem Florida gebaut ist. In Jahrmillionen hat das Wasser den Kalkstein aufgelöst und unter ganz Florida ein System von Gängen und Hohlräumen geschaffen. Gefährlich wird es, wenn sich Hohlräume nahe der Erdoberfläche bilden. Wenn die Last zu groß wird, kollabiert sie. Senklöcher haben in Florida zwar eine natürliche Ursache, aber der Mensch beschleunigt deren Entstehung. Zum Beispiel durch das Abpumpen großer Mengen an Grundwasser. Nicht zuletzt verschärft der Mensch das Problem durch seine pure Masse. Denn die Bevölkerung von Florida wächst unaufhörlich. Immer mehr wird gebaut im Sunshine State. Auch dort, wo das Risiko größer ist als anderswo. Denn wie gefährlich ein Senkloch ist, hängt vor allem von den obersten Bodenschichten ab. Da man das von außen nicht sehen kann, müssen Bodenproben entnommen werden. Sie sollen ermitteln, ob es sich um einen sandigen Boden handelt, wie hier, oder um einen lehmhaltigen. Die Lehmböden sind die bei weitem gefährlicheren. Denn bei sandigen Böden rutschen die obersten Schichten nur langsam in den Hohlraum weiter unten. Es entsteht meist eine Kuhle. Anders ist es bei Böden, die vor allem aus Lehm bestehen. Hier hält die oberste Schicht zunächst, um dann irgendwann plötzlich zu kollabieren. Auch das Haus der Buschs befand sich auf gefährlichem Lehmboden. Deshalb gab es keinerlei Warnzeichen. Wenige Tage nach dem Unglück wird das Haus der Buschs abgerissen. Die Leiche von Jeff Busch wird nie gefunden. Hallo, sind Sie neu hier? Deshalb eine kurze Anleitung, wie man dieses YouTube-Dings so richtig benutzen kann. Dieser Button ist zum Abonnieren von unserem Kanal. Das ist ein Video, was Sie sich jetzt anschauen können. Und das ist ein Video, was Sie sich jetzt anschauen können. Und da, wo meine Füße sind, da sind Ihre Kommentare. Da können Sie uns einen netten Gruß hinterlassen. Das ist ein Video, was Sie sich jetzt anschauen können.